Okay, willkommen zum letzten Part für heute. Spiel einfach weiter. Und passt hier, äh, okay, wir sollen den Ball zu ihm passen. Und es ist nur Gamer. Wo bist du denn, du kleiner Homo? Äh, magische Hand. Den kann ich jetzt aufhalten, oder? Wenn das jetzt durchgehen, dann fasse ich das nicht mehr. Tor! Wie schade für euch. Ja. Okay. Ich habe hart trainiert. Es gibt niemanden hier, der schneller ist als Nathan Swift. Es ist mir egal gegen wenige Spiele. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Nathan verspielt einen Energieschub. Nathan und TP wurden Geräusch mit aufgeführt. Ah, okay. So sieht's aus, Nathan. Weiter so. Ich kann es schaffen. Spielt mir den Ball zu ihm. Ja. Horst, ich habe dir alles zu verdanken. Es ist niemals so krank, wenn ich nicht versucht hätte, schneller als du zu werden. Vielleicht ist das heute zu viel für dich. Aber keine Sorge, ich rücke das wieder gerade. Okay. Wie lange das jetzt wohl läuft? Der blauhaarige Junge wird von Sekunde zu Sekunde schneller. Das passt mir gar nicht. Leid. Ja, Vater. Ich verstehe. Szene. Hm? Ich habe einen Befehl von Vater. Verstanden. Wenn Vater so das wünscht, wir werden ihn zermalben. Mit wem sprechen sie? Ich stehe unter Strom, Stuttgartner Jungs. Passt den Ball zu mir? Ja. Ich stappe ich mir. Hey, das ist ein klares Foul. Nein, sie passen genau auf, dass sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Der rückt er hat länger. Hey, hey. Oh. Ich glaube, der hat noch nicht genug. Das ist furchtbar. Sie haben es auf ihn abgesehen. Ah, mein Helfen. Hey, lass den in Ruhe, Aliens. Hm, ja, Mark. Wir dürfen nicht. Alle mal hören. Halt mal damit auf. Hört damit auf. Im Schluss mit diesen feigen Taktiken. Szene, möchtest du dich etwa dann direkt in die Fünfe von Vater widersetzen? Wenn du dich dem Mump hast, wenn du nicht dem Mump hast, willst du mich zu zunnen? Dann werde ich es tun. Pass auf. Hm? Und das war's mit dem Spiel. Vernichtende Niederlage. Nun müssten wir nur noch diese Schule zerstellen und das Notizbuch in unseren Händen bringen. Dann werden Vaters Wünsche erfüllt sein. Ach, unsere Schule. Die alte Schule meines Opas. Hört auf. Mark. Ach, warum schoßst du denn wieder so traurig? Bist du etwa gefilztselig? Äh, gefilztselig Szene? Ich habe dich doch glücklich gesagt. Kein Mitleid mit dem Freund. Mitleid? Mit uns? Du dämliche Härte. Was du erst immer noch in immer noch in Spiegel von Szene ist. Halt! Sag es ihm nicht. Wie, äh, was du auch machst. Sag es Mark nicht. Hast du mich Mark genannt? Moment mal. Deine Stimme. Die roten Haare. Nein. Das kann nicht wahr sein. Du hast es erkannt, kleiner Mensch. Der Kapitel von Genesis. Das ist niemand anderes als ein treuer Freund. Javier Foster. Hört auf. Du hast richtig gehört. Javier Foster. Wieso treuer Freund? Die kennen sich doch kaum. Er hat ganz hervorragend vorgetäuscht. Dein Freund zu sein, nicht wahr? Javier. Ist das etwa wahr? Du gehörst zu Genesis? Ich hatte es mir schon gedacht. Ah. Szene. Wohin gehst du? Rückzug antreten. Rückzug antreten. Aber. Habt ihr nicht gehört? Genesis. Sofort den Rückzug antreten. Das ist ein Befehl. Jawohl. Du Narr. Ihr habt noch einmal Glück gehabt, Erdlinge. Revia. Wie konntest du uns das nur antun? Mark, komm schnell. Mit Nathan stimmt was nicht. Oh, Nathan. Nathan. Hör zu, Mark. Dieses Team, das sind keine Menschen. Seid vorsichtig. Nathan. Nathan. Hm. Wieso hat dieser komische, ähm, Pfleger hier gelacht? Oh nein, Nathan. Heimann vielleicht? Du, du steckst hier hinter diesen geheimen Anrufen. Gefällt es dir, kleine Kinder zu sehen? Äh, Kinder allein zu sehen? Ist es das? Ach. Tu doch nicht so schick erscheinheitlich. Als ob du auch nur am geringsten besser wärst als wir. Du trainierst nur die besten Spieler um das stärkstmögliche Team zusammenstellen. Großer, großer Unterschied zu Genesis. Der Apfel fällt nicht weit vom Stern, was? Das stimmt nicht. Sind, die sind nicht so. Mark und die anderen sind nicht so, und sind nicht wie Genesis. Nachdem sie von Genesis und Genesis-Mann-Einzer-Mein vorgehen, sind Dursten diese Kinder nach mehr Kraft, oder etwa nicht. Wenn ich mich nicht irre, hat Evans dasselbe gesagt. Das selbst gesagt so. Ich hab doch gesagt, dass der Typ ihr Daddy ist. Die haben gegen Genesis verloren. Das heißt, dass wir stärker werden müssen. Immer stärker und stärker. Nein, das sehe ich nicht so. Diese Kinder, ich... Ich tue das Richtige. Vater. Was ist los, Revier? Hast du meine Gefühle nicht befolgt? Vergeben sie mir, Vater. Aber Raimund ist nicht unser Feind. Sie können uns nicht besiegen. Was für einen Sinn hat es, gegen Raimund zu kämpfen? He he, das ist das erste Mal, dass ich aus deinem Mund eine eigene Meinung höre, Revier. Sind unsere Feinde nicht über sie? Das haben sie doch immer gesagt. Das haben sie doch immer gesagt. Ganz genau. Und deswegen müssen wir den rückgratslosen Anführer dieses Landes zeigen, wer das Sagen hat. Ich wollte immer schon auf den Fußballplatz gegen Mark antreten. Ich dachte, es würde Spaß machen. Aber als ich den Schmerz in seinem Gesicht sah, da war überhaupt kein Spaß. Gefühlungsausbrüche stehen dir nicht so gut. Zu Gesicht ist Revier. Sei still und tu, was ich dir sage. Aber Vater. Unser Gespräch ist zu Ende. Trauriges Ende. Naeben ist schon seit 10 Stunden in Operation Saal. Wir haben noch keine Neuigkeiten. Ich wünsche nichts mehr, als dass es ihm gut geht. Was ist mit Frost? Wie geht es ihm? Er sieht nicht verletzt aus. Er hat anscheinend Albträume. Albträume? Hm. Könnte sein, dass... Was ist los, Mark? Weißt du, woran es liegen könnte? Frost hat letztens etwas gesagt. Er fragte mich, ob als ich bei unseren Spielen Sätze mitgenommen habe. Ich habe nicht verstanden, was er meinte. Deswegen habe ich ihm nicht viel dabei gedacht. Aber vielleicht hatte... Hatte ich das nur... Hätte ich das tun sollen. Drei Tumi könnten etwas mit allem zu tun haben. Er ist ein Schwierigkeiten. Ich kann es wohl nicht länger von euch... Äh... Vor euch geheim halten. Frost hatte einen Bruder. Hatte? Sein Name war Aida. Er hat als Kind gemeinsam mit Frost Fußball gespielt. Frost war Verteidiger und Aida spielte als Stimme. Schön gespielt, Sean. Jetzt passt zu mir. Ball kommt, Aida. Frost nahm den... äh... nahm den gegnerischen Team immer... den Ball ab. Post ihn zu Aida und der schoss dann die Tore. Einer hinten und einer vorn. So waren sie ein perfektes Team. Bist du denn ein Unfall? Was für ein Unfall? Hey, Sean. Hast du meine... äh... hast du mein Headwake gesehen? War das nicht unglaublich? Ja. Unseren... äh... unseren Sieg haben wir dir... haben wir dir zu versagen, Aida. Aha. Zum Glück wurde das Spiel nicht abgesagt. Ihr beide wart klasse da draußen. Als sie nach Hause fuhren, wurde ihr Auto von einer Lawine erfasst. Eine Lawine? Oh, was ist das für ein Geräusch? Ah, ah! Frost konnte verunverletzt aus dem Auto befreit werden, aber leider konnten Aida und seinen Eltern nicht gerettet werden. Wie, wie furchtbar. Ach, deswegen fährt er sich immer so komisch, sobald er ein lautes Geräusch hört. Nach dem Unfall lebte Aidens Persönlichkeit in seinem Bruder Sean Frost weiter. In vielerlei Hinsicht hat Sean Frost zwei Persönlichkeiten, seine eigene und die seines Bruders. Deswegen beherrschte er also den ewigen Eiswind. Ganz genau. Es war Aidens Spezialtechnik. Wenn er also den ewigen Eiswind anwendet, dann ist er nicht er, sondern Aiden. Es ist nicht leicht, mit zwei Persönlichkeiten zu leben. Es ist schwierig, den Geist im Lechtgewicht zu halten. Eventuell hat das brutale Spiel gegen Elliot Sean Frosts Geist aus dem Lechtgewicht gebracht. Aber wenn sie davon gewusst haben, warum haben sie Sean Frost dann aufgestellt? Um Elliot zu schlagen? Ihnen war es doch egal, was mit Frost passieren würde, solange wir nur gewinnen würden. Oder etwa nicht? Hey Sylvia, beruhige dich. Aber ich bin hier, um Fußballspiele zu gewinnen. Das war hart. Ich dachte, Frost wäre ein Stimmung, der auch in der Abwehr spielen kann. Ich dachte einfach, es wäre besonders. Er wäre besonders motiviert bei dem Spiel und würde sich deswegen sehr zentralieren. Aber da lag ich falsch. Frost hat zwei Persönlichkeiten und das hat er die ganze Zeit für sich bereitet. Ich habe nie etwas benannt. Jetzt wird mir klar, dass er mich auch etwas aufmerksam machen wollte. Mann, komm schon! Nathan fällt aus und Frost geht es nicht gut. Wir verlieren alle unsere Spieler. Wenn er doch nur hier wäre. Du meinst Axel? Axel ist sonst immer im richtigen Moment aufgetoppt und hat das Blatt auch gewendet, wenn die Schwierigkeiten waren. Ich frage mich, wo er gerade ist. Ich weiß es. Ähm, also ich habe da letztens jemanden gesehen, der Axel ziemlich ähnlich sah. Was? Wirklich? Devin? Und was hast du die ganze Zeit für dich behalten? Tut mir leid, ich habe die ganze... Ich habe ganz oft versucht, es euch zu sagen, aber ich habe die richtigen Momente nicht gefunden. Und? Was hast du gesagt? Was hast du ihm denn jetzt gesehen? Wann hast du ihn so... Das war, äh, das war also in Okinawa, als wir in Okinawa waren, äh, Okinawa, als wir in Okinawa zu dem Spiel gegangen sind. Da war dieser Junge mit einem Irrenschuss, so einer mit flammenden Schweif. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht Axel war. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen, deswegen konnte ich mich irren, aber... Okinawa? Was macht er denn da? Das ging also, das ging alles schon nach Axel, finde ich. Und jetzt braucht Reimann ihn mehr als sie zu freuen. Und jetzt fahren wir in Okinawa. Nein! Mark? Ich bleibe hier, bis es nicht und besser geht. Er und ich müssen einige Dinge miteinander besprechen. Mark! Was meinen Sie, Trainerin? Evans, kann ich kurz draußen mit dir reden? Ich dachte, kurz, draußen. Ich weiß, dass es dich bedrückt, dass du im Moment mit Nathan verkracht bist. Was? Wieso wissen sie das denn? Ich bin deine Trainerin. Ich passe auf meine Bespiele auf. Nathan ist immer einer meiner besten Freunde gewesen. Jemand, mit dem ich reden konnte. Er hat sogar den Leichter-Klub verlassen, um zum Fußballteam zu kommen und mir zu helfen. Er hat so viel für mich getan, aber ich konnte nichts für ihn tun. Es ist das Mindeste, dass ich hier warte, bis es ihm besser geht. Und mich auf den Tag freue, an dem ich wieder mit ihm Fußball spielen kann. Mark! Ja, Trainerin? Es wird alles gut, das verspreche ich dir. Nathan und du, ihr werdet das schon schaffen. Haben Sie sich jemals mit jemandem zu stricken und danach nie wieder gute Freunde geworden, Trainerin? Waren wir uns jemals so nah? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hä? Weißt du, euch Kinder beim Fußballspielen zuzusehen, erinnert mich an meinen Bruder. Sie haben meinen Bruder? Ja, er hat Fußball so sehr geliebt, dass er in ein Trainingscamp in Ausland gegangen ist. Er ist von uns gegangen, als er dort war. Ich verstehe. Ja, es ist schon seltsam. Du bist die erste Person, mit der ich jemals darüber geredet habe. Mark! Nathan! Nathan? Bedeutet das, dass es dir wieder gut geht? Kannst du ohne Hilfe laufen? Es tut mir leid, dass ich mich vorher nicht gemeldet habe. Ach, das macht doch nichts. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht ernsthaft verletzt wirst. Jetzt kannst du mit uns nach Okinawa kommen. Erfahrung, wir wollen Achsel suchen. Ich kann nicht. Was? Ich fürchte, der junge Herr Smith, äh, Swift muss noch etwas länger bei uns bleiben. Ich, ich verstehe. Trotzdem, du wirst bestimmt bald entlassen. Und dann können wir... Hör zu, Nathan, es tut mir... Es ist schon in Ordnung, Mark. Geht ihr nur vor. Ihr kommt schon noch wach. Aber vergiss es nicht. Ich werde auf dich warten. Ich weiß, was deine Aufgabe ist, Mark. Und deswegen heißt es jetzt alles einmal... Lebewurm. Und Frost. Ich bin Sean Frost. Ich bin nicht eigen. Aber alle wollen nur sein Talent als Stürmer. Meine Fähigkeiten in der Abwehr werden nicht gebraucht. Was soll ich tun? Was kann ich? Ich hätte überleben sollen. Nicht du. Niemand braucht dich. Oh, das war hart. Hey, Frost. Geht es dir gut? Ja. Na gut, also wollen wir gehen? Alle warten schon auf dich. Ach ja? Leven scheint also langsam besser zu gehen. Ich bin zu erleichtert. Jetzt fühle ich mich viel besser dabei, nach Akinawa zu fahren. Hey, Mark. Die Seelen waren ein zu... Waren ein zu starken Gegner für... Haas waren ein zu starken... Starker Gegner für mich. Ich werde der Mannschaft nicht zu Lost feiern. Aber jetzt bin ich Feuer und Flamme. Ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht. In Genesis zu schlagen. Bitte hör mich an. Lass mich ins Team da rein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das verspreche ich. Natürlich kannst du ins Team kommen. Daryl, ich wollte, dass du bei uns mitspielst, seit ich dich zum ersten Mal spielen gesehen habe. Vielen Dank, Mark. Ach, Schance hat sich da angeschlafen. Also, ich habe jetzt einen zweiten Torwart. Viel Glück, Devin. Man verpasst dem Alien in meinem Namen. Eine Abtreibung, ja? Wir werden dich alle anfangen, Devin. Los, Devin. Vielen Dank, Leute. Passt auf euch auf. Ihr seid wirklich würdige Nachfolger von David-Erin-Sinus-Mailer. Danke, bis bald, Herr Rettdorf. Das sind gute Kinder. Gut. Gute, ehrliche Kinder. Die schaffen das schon. Es wird ihnen nicht wie Genesis ergehen. Ich tue das Richtige. Diese Kinder und ich, wir tun das Richtige. Währenddessen in Okinawa... Sieg mal da, das Kind hier wurde in einem Riesenstuhl gezogen. Hey, Kleiner, geht es dir gut? Er ruft an der Krankenwagen schnell. Still, er versucht zu sprechen. Feuerstürmer. Feuerstürmer? Wovon er in aller Welt redet? Achsel. Hast du einen Moment Zeit? Ich hätte da ein paar Fragen. Axel, wo steckst du bloß? Wir reisen nach Okinawa, um dich dort zu suchen Erfahre mehr in Wiedersehen mit Axel Auf geht's Axel, lass uns gemeinsam spielen!